Herzlich Willkommen zurück zu Wism mit dem Gorobei Und dem Nephias Und ähm, wir hatten ja, oder Goro hatte im letzten Part ja ein Duell gegen Agapi Und ich war ja eigentlich noch im Wald bei den Magiern und bin jetzt offscreen hier nach Hause gegangen Das hat folgenden Grund, weil dies ist die Abschiedsfolge Also unsere letzte Folge, die wir jetzt machen für Wism Also die letzte Folge Wism, Leute, ich sag's jetzt mal frei raus Ähm, das Projekt ist eingeschlafen Wer das Projekt gut verfolgt hat, wird gemerkt haben, dass immer nur die gleichen Leute gekämpft haben Dass viele, viele Leute gar nicht mehr aufgenommen haben, die vielleicht noch in der Beschreibung stehen Und ja, und die Duelle mit Bloodmagic, die sind so das i-Tüpfelchen Die haben wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal so in die Rest gegeben Ja, weil, nee, weil Agapi hat im Endeffekt Also hast du geguckt ins Video, war das auch Bloodmagic? Ja, ja, war ein Bloodmagic-Schwert Ja, wir werden, wir waren, wir waren bei Lobios schon, aber überlegen Ob wir dann jetzt aussteigen, weil wenn das mit der Bloodmagic und so weitergeht Es kämpfen immer die gleichen, das heißt, wir kämpfen irgendwann nochmal gegen Lobios und Agapi Und dann passiert das Gleiche Und das ist halt auch, also wir finden, das ist für euch halt auch langweilig Und wir wollen halt, dass ihr in den Duellen spannende Kämpfe seht Und, ähm, jetzt war frei rausgesagt, zum Beispiel das erste Duell gegen Agapi war auch langweilig bei Goro Weil Agapi sich in die Luft gejagt hat Das haben wir ja jetzt schon mal in der letzten Baufolge erklärt Also es neigt sich eh dem Ende Und viele sind gar nicht mehr drin Raza ist schon raus, Nancy ist raus, Blaze ist raus Dalu ist theoretisch auch schon raus, nach seinen eigenen Regeln Ja, das kriegt man alles gar nicht so mit Aber es sind halt viele im Prinzip schon raus Ja Ähm Ja Und das ist, finden wir selbst schade, weil RISM war ein super Projekt Das hat, also ich hab mich Also wenn wir das mal so kurz überlegt Wir haben auf jeden Fall einiges, äh Einiges gelernt, so in Magierichtung Ja, TomCraft hab ich wieder aufgefrischt, das war auch schön Und wir hätten gerne weitergemacht, aber die Regeln sind Also es geht jetzt nicht um die Regeln Es geht einfach so um das Projekt an sich Wir waren Die Lust singt halt immer weiter Und wie gesagt, das ist dann immer ein bisschen Wir waren halt von Anfang an halt auch schon nicht so viele Und wenn dann auch noch die Hälfte rausfällt, weil Stimmt, ähm, und, äh Die viele Magier waren ja schon raus Das heißt, die Magier waren ständig in der Unterzahl Wir konnten gar nicht so viele Duelle machen, wie wir wollten Ähm Ich glaub, Maru ist nach den Regeln auch schon raus, oder? Ich glaub, ja Maru wär auch ein Kandidat gewesen Hätte ich gerne mal herausgefordert Aber Naja So, meine letzte Tat, die ich hier in RISM im Übrigen mache Ist, ich hoffe, dass Sofa Gaming noch aktiv ist Wir dürfen den Sachen in die Kisten legen, ne? Ja, ich bin damit überlegen, ob wir denen noch eine Kiste bauen dürfen Ich stell denen, ich stell denen meine Fresskiste hin Darf ich das? Ähm, die haben hier, ah hier Hier ist eine Kiste, die ist, eine Doppelkiste, die ist fast leer Da können wir unsere Sachen reintun Ja, warte, ich geb denen eine Kiste Du brauchst keine Kiste Aber meine, meine fressende Kiste soll die vererben Achso, ja dann Will ich den geben So, dann machen wir es Kommst du? So Ich kann nicht mehr fliegen Ich auch nicht Also wir sind halt schon gebeutelt Wir sind halt die Hexer, die am meisten aufgenommen haben Wir sind allgemein auch die Spieler, die am meisten hier aufgenommen haben im Projekt Hast du Schilder? Ähm Warte kurz Wollst du? Äh, ja, warte Geh in der letzten Folge auch an meine Kisten, komm scheiß drauf Oder mach so Na, ich, ich hab hier So Ich stell den Sofa, geh mir jetzt in die Kiste hin Und ähm Vererb die in Sachen Ich komm auch, warte So Ich baue nur gerade das Holz ab Und da ist es, ist schade, dass es so enden muss So Aber ähm That's life, Leute, ne? Ja Haben die hier nicht ein Workbench? Bestimmt Hier ist eine So, noch ein bisschen Zeug, ein bisschen wertvolleres Zeug Und es kommt, es kommt ja auch noch ein Projekt Also es ist jetzt nicht das Ja, also wir hoffen, dass wir bei den nächsten Projekten auch dabei sein dürfen Auch jetzt aussteigen und keiner stinkig ist So, ich hänge jetzt hier eins an, an deine, an deine lebende Kiste, ne? Ja, nennen sie, nennen sie Mampfi, die fressende Kiste Ähm Was machen die für Mods? Die machen kein Towncraft, ne? Ne Chigo macht Ah, der Chigo ist eigentlich auch schon raus Das sind so viele eigentlich schon raus, glaube ich Was einem gar nicht bewusst ist, wie viele eigentlich schon raus sind XP-Kristalle, gebe ich denen auch Alles in Mampfi rein Das passt nicht alles in Mampfi rein Ne Machen wir ein bisschen Vererben noch in der Folge Weil sonst hier hinten ist nämlich, hinten ist nämlich noch eine, noch eine Schneekiste Weil ich hänge da ein Schild dran Oh, die, ja, das kann ich nicht geben Ähm Wir wollen uns auf jeden Fall Bei euch bedanken Weil ihr habt krass viel geguckt Und krass viel kommentiert Und so weiter Rhythm ist eins der bestgeschautesten Projekte bei mir gewesen Bei mir leider auch Und es ist schon wirklich schade, dass wir es dann so abbrechen jetzt Aber wir haben keinen Bock mehr Und es tut uns ja selbst weh Es tut uns selbst weh Aber ich vererbe den Sofas jetzt noch Wird die Sofas noch aktiv? Ich weiß es nicht Ich glaub ja Ich weiß es aber auch keinen, der wirklich aktiv ist bei uns So traurig das jetzt klingt Mein Rasa ist raus Sachse ist, glaub ich, schon lange raus So, ich hab jetzt hier ein paar Schilder platziert Ich hoffe, Schilder durfte ich platzieren Ja, ist die letzte Folge Was wollen wir sonst? Guck mal Da ist Mampfi Na? Mampfi kommt noch Zeug rein hier Guck mal, dass ich beim Mampfi alles reinpacke Die Sofas freuen sich hoffentlich Guck mal und dann Hier hinten Wenn du hier hingehst Das ist schon nicht zu übersehen Das Erbe Ja, genau Ja Ach, die Rubies hab ich jetzt gar nicht mitgenommen Ich hab ein bisschen Eisen drin Das Eisen, was ich gelootet hab quasi Dias, komm hier noch rein Ich guck nochmal, was ich sonst so hab Leute, ja, aber wie Nephi ja schon sagte Vielen, vielen Dank Ihr habt das hier als richtiges Projekt quasi gemacht Und ihr habt wirklich fleißig geschaut Und ja, da fällt einem auch schon gar nichts mehr ein So Nee Also auch an alle Zuschauer, die wegen Wism halt hier sind Und Es kommt auf jeden Fall noch ein neues Projekt Es kommt noch was Äh, und äh Ich kann's ja jetzt nochmal richtig sagen Äh, Goro und ich planen auch was Aber das dauert vielleicht noch Das hat dann, ähm Viel mit Technik zu tun Ja, wir planen da Wir planen da was Das ist noch nicht hundertprozentig Weil Goro und ich lieben Technik Modbacks Und deswegen, äh Und weil das bei uns immer ein bisschen kurz kommt Weil nicht viele Ich sag's mal frei heraus Nicht viele mit Technik was am Hut haben Und, äh Viele das zu kompliziert finden Und das zu anstrengend finden Sich da einzuarbeiten Deswegen kann es sein, dass wenn wir da Das geregelt kriegen, dass wir da was machen Ja Vielleicht nur zu zweit Vielleicht Mit zwei, drei Leuten mehr Man weiß es nicht Genau Und das werden wir alles sehen Äh Wo sind meine Ruhe? Das werdet ihr auch sehen Ja Aber zunächst wird Wizard Empire, äh Äh Gestrandet läuft ja auch noch Gestrandet, das stimmt, das stimmt Ich geb denen jetzt alle meine Wertsachen hier Tut mir ein bisschen weh Mein Haus so leer zurückzulassen Gut mein Hundi Oh nein, mein Hund Wofi Meine Hühner, Leute Meine Hühner Wofi Hier kriegst du doch dein letztes Fleisch Im Prinzip würde ich mein Haus gerne Meinen Hühnern übergeben Wofi komm mit Ich glaub das mach ich noch Das wär so meine letzte Tat Ich mach hier das zu Und werd das jetzt hier verhühnern lassen Hunde kann man Besitzer nicht überschreiben Ne, Hunde nicht, ne Kann ich Wofi einfach irgendwo hinsetzen Ich setz Wofi Oh, ich setz Wofi gleich an den Spawn So Ach hier sind auch Hunde Aber wir müssten den Altar hier abbauen Damit das richtig funktioniert Was willst du machen? Ich möchte die Hühner ja hier in meinem Haus lassen Achso, willst du die da drin frei rumlaufen lassen? Ja Ja, dann musst du den Altar abbauen Dann hab ich den Altar jetzt kaputt gemacht So So Leute, ihr seid frei Ich bin jetzt nackt Bring jetzt Wofi noch zum Spawn Ja, ich weiß Es war ne geile Zeit Wolltest du grad deine Hühner an? Ja Ach du Scheiße So Wofi komm Gut, dass ich das nicht vorher gemacht hab Was denn? Die Hühner freigelassen Du willst das hier nicht sehen? Wie schon? Der muss doch vorbei kommen Ja, warte, ich lauf grad zum Spawn Setz Wofi da ab Ich sage Wofi, dass er nicht weinen soll Wenn ich jetzt gehe und nicht zurück Ist ein bisschen zerlebt hier Wofi komm her Oh nein Wofi hat mich verarscht Wofi Zweifel sitzen Pass auf den Spawn auf Wir sehen uns im nächsten Projekt Warte nicht auf mich Genau Ich werde dich im nächsten Projekt wiederbeleben Komm mal vorbei Niffjens Ich bin dabei Werden wir noch gar nicht Also für 15 Minuten Also die Folge wird jetzt auch nur 15 Minuten lang Was hier Ist schon krass, was hier draus geworden ist So mit den Häusern Wenn man hier so lang geht Immer wieder erstaunlich Ja, aber ich habe eigentlich noch viele Sachen Die ich den Sofas geben möchte Dann mach Gib denen alle Zauber und so Ja eben, das wollte ich noch machen Ich habe nichts mehr Ich habe nur noch meine Rüstung an So Jetzt steigen die Sofas auch aus Alles im Sommer Auch wie du die Kiste einfach voll gemacht hast Wo sind die Hühner? Unten? Alter Es ist voll die Party hier Haben wir irgendwo in der Nähe eine hohe Klippe Wo wir uns runter stürzen können Ich weiß nicht Ich dachte wir gehen zurück zum Spawn Weißt du da wo das Projekt gestartet ist Wollen wir? Ist ein bisschen geil mit den Hühnern oder? Ja ist ein bisschen cool Mach die Tür zu Let's go Ich habe noch die Rüstung an Wollen wir mal das Sofa hier Ne einen weiter ne Ne einen weiter doch Einen weiter Weißt du was wir noch machen? Was denn? Wir haben ja doch noch 20 Minuten Was willst du machen? Erstmal brauche ich irgendwie was zu essen noch Ich nehme mir doch das Fleisch aus der Hungry Chest Ja ja Sorry Wo kann ich denn jetzt meine Rüstung hinpacken? Ich habe auch schon eine Kiste gemacht da Die hier hinten Die? Die hier Die gehört auch zu dir? Ah ok Boah hast du dem viel gegeben Ich habe denen alle wichtigen Zauber Sachen gegeben So was machen wir? Zum Spawn Ne ach ne wir wollten ja hier lang Warte Wir gehen nämlich als Helden Als Helden Würdest du dich jetzt rot färben? Ja Wir gehen nämlich als Helden Hier schreibt gerade einer in die Konfi Ich glaube dass bei euch keiner mehr aufnimmt Sobald Nephi und Goro raus sind Das kann gut sein Da wird auch gerade spekuliert Ob Sofa überhaupt noch mitmacht Na wir haben es denen jetzt auf jeden Fall gegeben Hexer Es gibt nur einen Rang für uns beide Ganz genau Und jetzt ab zum Spawn Okay Kann gleich nicht mehr rennen glaube ich Da frisst der mir vor der Nase Noch teilen wir uns keine Hungerleiste Das ist ja geil Oh das habe ich nicht Er hätte auch ruhig zu Ende machen können Ja ich habe den falschen Timer angemacht Ist ja egal 15 Minuten haben wir jetzt Und selbst würden wir länger machen YOLO YOLO ey Wir machen jetzt ne Stunde Will er machen? Will er uns rausschmeißen oder was? Ach nein Hier ist auch ein Duellplatz Damals als der Sachse gegen Manus Ich habe ja alle lieb Ich sage es nochmal Auch wenn ich es nicht wiederholen soll Also es hat wirklich Spaß gemacht Und ich glaube auch Wenn das alles ein bisschen aktiver gewesen wäre Wäre das mega geil gewesen Dann wäre das ein richtig geiles Projekt geworden Oder es war auch ein geiles Projekt Das kannst du sagen wie du willst Es war ja schon geil Ja Und wir beide haben auf jeden Fall Spaß gehabt Es gab zwei Folgen Wo ich nicht dabei war Ja die ersten beiden Frag ich ja Ne Fessi ich habe jetzt ne Hungerleiste hier Kann nicht mehr rennen Ich auch nicht Ich war Hunger Wir hätten uns was zu essen mitnehmen sollen Wir sind am Spawn vorbeigelaufen Sind wir? Ja Also ich zumindest Wo ist er denn? Ich bin 200 Meter zu weit gelaufen Ach da bist du Hier warte mal Ich habe was zu essen Tale, Magia Hier bist du Ach da Ich habe was zu essen Hey geil Brauchst du auch? Ne ich habe noch Ok hier links Warte geht gleich los Ich muss hier noch ne Ich muss noch ein paar Critical Hits verteilen Hier Ich bin mich so nackt Hallo Skelett Bitte töte mich nicht Das wäre jetzt ganz nett Wo war das? Hier Beim Earth Guardian Ding vorbei Du läufst Rechts Rechts Umdrehen Umdrehen Ich sehe dich Ja Jetzt geradeaus Da hier Bin ich Siehst du mich? Geradeaus 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 Weiter Weiter Über den Sand Über den Sand Ein bisschen nach links Das war ja einfach Ich habe mich noch nie verlaufen in dem Projekt hier Endlich in meinem Projekt In dem ich mich nie verlaufen habe Hier hat alles angefangen Hier ist kein Essen mehr in der Kiste Ich bin enttäuscht Hier hat alles angefangen Damals als ich noch dachte Dass die Portale echt sind Boah hier so Äh Äh Ich habe dir noch eine Hühnerkeule hingeworfen Geil Groß Hühnchen Gut für Salmonellen So Ich würde sagen Das war auf jeden Fall Richtig richtig witzig Nephias Geil mich jetzt hier vor das Portal Mach F5 So Und F1 So F5 F5 Und F1 Ah ok Ähm Also mir hat das riesen Spaß gemacht Also auch wieder mit Nephias aufzunehmen Weißt du Wir haben ja Wir waren ja nur im Zweierteam die ganze Zeit Ja auch ein bisschen traurig Aber Ah guck Geh weg Der Fahrländer LP Geh weg Und ähm Ne war auf jeden Fall lustig Wir bedanken uns beide Ja und wir hoffen ihr seid im nächsten Projekt dabei Und wir sind im nächsten Projekt dabei Ja ansonsten Ansonsten ist Sims Ansonsten ist Sims hier Ja war schön Ja Geh diesen Part noch 500 Mal an Liken nicht vergessen Call to Action Ihr wisst ja was wir alles hier so erlebt haben Das war unglaublich Hallo Der arme Fahrländer So Vielen Dank fürs Zusehen Ähm Schaltet das nächstes Mal wieder ein Wollte ich gerade sagen Beim nächsten Mal Nehmt jetzt Ich bin jetzt traurig Time to say goodbye Nicht töten Nicht töten Nicht töten Tschüss Tschüss